Schorsch, was machst denn du da? Ach Reinhold, wie gern würde ich jetzt das Foto von unserem Filmdreh von Leona Bombay in Rahmen, aber ich hab einfach keinen Bilderrahmen da. Ich hab nur ganz viel Stecke, zwei Meter Bindfahrte, eine kleine Platte und eine Anleitung vom Ministerium, wie ich aus Naturgegenstände ein Quadrat mit einem Foto drin basteln kann. Und ich lese gerade, das ist auch die heutige Aufgabe, ein Bilderrahmen aus Naturgegenständen. Ihr braucht dafür nur eine dünne Holzplatte, vielleicht ein paar Steine, vielleicht Äste und Bindfaden und bindet das Ganze so zusammen, dass es später ein wunderschöner Bilderrahmen gibt und holt euch irgendein Foto von eurer Familie, von Freunden und bastelt euch euer eigener Bilderrahmen. Das sieht dann so aus. Und dort wie immer ein Foto machen und in euer Büchlein reinkleben. Viel Spaß! Dort bin ich immer gespannt, ob die Kinder das dort besser hinkrienen als du.